Hallo Freunde und willkommen zurück zu Code Vein, wo wir in der letzten Folge hier ein bisschen durch den, ich nenne es mal Grand Canyon durchgegammelt sind und es war nicht angenehm, weil wir sind nur mit 7 HP und keiner einzigen Heilungen mehr sind wir zur Mistel hier unten gekommen. Also ich würde sagen, das war unnötig knapp, aber es hat funktioniert. Wow, schieß mich hier bitte nicht runter. Starke Gewürze, das ist wahrscheinlich was, was wir eintauschen können. Ich bin jetzt hier alle hoch. Ich meine, wenn die alle nacheinander kommen, dann ist das ja kein Problem. So eine nette Überraschung, falls da einer weiter hoch will. Oh Mann, ne? Warte nicht. Was der mich noch erwischt hat, fand ich jetzt nicht... Wow. Okay, Kumpel, chill deine Basis. So, komm schnell. Ja, ich glaube jetzt... Ja, das Alter müssen wir schon entschalten. Naja, aber wir haben die Gewürze da oben holt. So, okay. Der steht also immer wieder auf. Gut zu wissen. Was ist wirklich gut zu wissen? So. Ist ja nur euch beide? Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich euch hier mit Einzelnen angehen kann. Das sieht doch gut aus. Das sieht nicht mehr gut aus. Ich hatte echt ursprünglich mal im Kopf, dass wir in diesem Spiel nicht runterfallen können. Aber dann ist mir irgendwann wieder aufgefallen. Und das ist das Schwachsame. Es gab eine Stelle, wo wir sehr häufig runterfallen sind. Er hat mich getroffen. Lustsplitter. Und ja. Deshalb, äh... Abgründe sind kacke. Oh mein, schaden. Das macht so, okay. So, knapp 900. Dann muss ich das Epo zurück. Dann muss ich mich nicht in Richtung Abgrund schieben. Dann muss ich mich nicht in Richtung Abgrund schieben. Dankeschön. Steck so ein Item. Noch mehr Wecker, sehr gut. Und, was haben wir hier drin? Aufstandsunterdrücker 3+. So, das hat einiges mehr an Schaden. Es skaliert wesentlich besser mit allem Möglichen. Vor allem eine Beskalierung auch auf Willenskraft, was ordentlich ist. Hat ein bisschen weniger Basisschaden, aber es skaliert halt wesentlich besser. Also, es ist ein bisschen schwerer, aber... Sehr gut. Und, sie. Es gibt auch so einen Streuschuss. Du bist eine richtige Schrotflinte, okay. Okay, das Ding ist einfach eine allgemeine Schrotflinte. Da weiß ich nicht, ob mir das gefällt, aber gut. So. Dann haben wir hier unten alles. Ich ruhm mich jetzt einfach nochmal aus, weil... Warum sollte ich das nicht nutzen? Oh, jetzt gibt es den Weg da hinten noch hoch. Da hinten über die... Ich nenn's mal Brücke, auch wenn's eher so ein komischer Dorn ist. Okay, oke. Okay. Okay. nicht auf die distanz jetzt nur der typ das ist ja kein problem hoch guck mal dass wir die die gelockt hier runter der jetzt nämlich auch hier hin rennt ich muss sagen das ist ein bisschen cheesy aber mag käse jetzt wissen wir auch das der typ hier auch noch sitzt das haben wir durch gut die benutze ich irgendwie ich mein klar ist sollte man vielleicht eigentlich sich mal ein bisschen umgegen gesprochen hat erst mal nicht mehr nadel der einheit okay nützliches ding wenn man multiplayer spielt nehmen wir mal den dolch rein relationseinleiter sollte ich vielleicht mal entfernen gerade weil wenn wir da eh keine von haben der vorteil ist halt ich muss mal gucken wie viel schaden die dolche machen nicht viel aber sie sind halt eine gute option um um gegner anzulocken und vor allem kostet das kein ikor springst du auch runter springt ja okay ist nur die frage war glaube ich noch irgendwo noch so einfacher ich finde es halt panne dass die gegner da runter springen können und alles aber dann halt nicht die leiter nutzen das ist mir echt einfach gemacht okay ich habe keine ahnung wo der dude hin ist wahrscheinlich sitzt er irgendwo in einem toten winkel oder so schade ich habe jetzt wieder die ach wahrscheinlich weil wir ein gewisses gewicht jetzt sozusagen überschritten haben ich muss sagen sieht bei weitem nicht mehr so fancy aus wie wenn man im dash ich weiß nicht ich mochte das irgendwie extrem so du bist auch tot bei hinten ist mir egal können wir hier lang gehen da gibt es noch eine baulige mistel nö 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 am deshalb hasse ich solche gebiete Ich meine... das hier ist nicht Blythown aber... wa- Es strengt sich schon echt an einen Keks� zu gehen mit den ganzen abgründen Nein Habe lange nichts gesehen hier Ich mach das jetzt mal ganz einfach, wenn die hier alle runterspringen, ne? Lass sie dann da alle unten sammeln. Dann lasse ich die schön da unten. Ich hab den jetzt einfach mal weiter. So, ich hab jetzt hier unten irgendwo noch so einen normalen Dude gesehen. Da. Okay, der lebt auch noch. Dann komm du mal bitte her. Kippen solltest du mich eigentlich nicht. Nope. Stimmt. Ähm. Weil die kommen da unten ja nicht mehr raus. Also die können mir jetzt nicht mehr auf den Keks gehen. Du Arsch. Das hast du dir verdient. Äh, ich will jetzt nicht nur noch 4 ausgeben. Aber diese kleine Hits, die immer noch kassieren, summieren sich halt leider dann auch auf. So. Ja, ich hätt's natürlich auch anders handhaben können. Aber. So. Da oben liegt ein Item. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Vififikator. Das war das, was uns zurück zur letzten Mistel bringt. Ich geh wahrscheinlich hier runter und dann da hoch zu dem Mistel. Hm. Es stehen ein paar Möglichkeiten zur Verfügung. So. Da ich mit dem hier ausgehe. Ne, der bringt mich zu der Truhe hier. Nachtspeer 3. Nice. Ne, genau. Der bringt mich zu dem Item hier. Der bringt mich nicht zur Mistel. Aber okay. So. Ich will mal eben kurz den neuen Mantel gucken. Nachtspeer. Auch durchbohren. Nice. Es skaliert aber schlechter auf Willenskraft, was mir nicht gefällt. Und auf, äh, Stärke dafür ein bisschen besser auf... Okay. Gutes Stück besser auf Geschick und ein minimales bisschen besser auf, äh, Steel. Aber ist auch schwerer. Also. Gut. Das wäre der Weg. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wird theoretisch da oben hinkommen. Ich würde mal stark vermuten, dass wir da hinten lang müssen. Oh, ich würde jetzt erstmal den Weg hier gehen wollen. Wie hat der mich denn noch getroffen, bitte? Ja. Aber maximal die Spitze. Aber maximal die Spitze. So. Anschluss. Das war risky. Aber es funktioniert. Weil ich das die Typen so lange brauchen zum Aufstehen, können wir das zwischendurch mal durchziehen. So, frei nach dem Motto für das maximale Ikor. Ah, da unten waren wir schon mal. Okay. Das ist also theoretisch auch wieder den Weg zurück. Jetzt wieder nur ein Item. Blutpatrone. Form Abgrund. Und. Die Typen haben ja eh nie irgendwie Eile. Also. Davor kriech dich hinter deinem Schild. Das machst du sehr gut. Danke dafür. Hier ist eine Leiter. Wie geht die uns denn hin? Nach unten. Logisch. Hm. Nee, doch nicht. Ich wusste doch gerade, wo der hier ist. Aber. Hallo. Wobei. Doch. Ich weiß, wo der hier ist. Diese ganzen Kisten hier. Die haben wir eben schon mal gesehen. Ja. Keine Kiste ist was. Da hinten waren wir auch schon. Den Weg hatten wir nur bisher ignoriert. Also den Weg da unten. Nein. Nee, stimmt. Wir waren da unten. So. Eleganter Füller. Okay. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein. Ja genau. Und da unten ist der. Ich sag schon. Komische. Drachen. Kopf. Gedöns. Du führst mich nach unten. Unter das ganze nochmal. Also noch eine Etage tiefer. Oh Gott. Ich glaub. Die Typen sind ätzend. Ja. Keine Ahnung. Was er gerade gemacht hat. Ich glaub jetzt überhaupt nicht. Er hat sich gebufft. Ja. Alles drauf. Oh. Das ist noch ein Webster. Tschö. Der hat nur einen König in den Eisen fallen gelassen. Finde ich frech. Rabenanzug plus 3. Sehr schön. Oh. Guck mal. Was haben wir denn hier? Yes. Regenerierung. Aktivierungsfaktor. Hört sich auch Regenerationsaktivierungsfaktor. Gibt uns keine Regeneration dazu. Also erhöht nicht unser Maximum von 5 entsprechend mittlerweile auf 6. Sondern das verbessert es einfach. So. Ich sollte aber noch eine nehmen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das haben wir alles. Das haben wir alles. Okay. Haben wir hier entsprechend auch schon alles. Das ist nun noch nicht wie ich an die Mistel komme. An die V-Liga. Ähm. Nicht indem wir darunter springen. So. Soll ich noch ein bisschen hier lang gucken. Da. Wobei eigentlich. Ne. Da haben wir auch nichts zu versehen. Wobei doch. Da liegt es dann. Ah ne. Quatsch. Das ist ja der da. Wo wir von der Mistel aus hinkommen. Oh. Stimmt. Okay. Dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Und können dann erstmal hier lang. Dann gibt es ja auch noch eine faulige Mistel. Das ist natürlich sehr clever gemacht, dass sie hier Bakrikaden aufgebaut haben. Oh. Ähm. So dass man. Da nicht einfach runter springen kann. Was war das von. Für ein. Der macht halt. Seiltos und springt. Und schießt dabei. What the fuck. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Okay. Also mit dem Typen ist nicht zu spaßen. Übrigens der Typ der uns da unten vor der Kiste angefallen hat ist auch so einer von denen. Deshalb hatte ich eigentlich fast gedacht dass der uns auch eine Karte für die Tiefen gibt. Weil wie gesagt diese Tiefen äh. Ich weiß noch nicht ob ich die mal angehen werde. Vielleicht irgendwie zwischendurch mal. Falls wir uns irgendwie. An dem Boss die Zähne ausbeißen. Und gerade nicht wissen wo es weiter gehen könnte. Los. Macht euch auf den Weg. Dass ihr hier runter springt. Und genau. Los. Los. Ich ziehe mich nicht dazu euch die ganze Zeit mit Wurfdurchnam zu werfen. Na schön. Das ist halt lustig wenn einer von denen mal einfach tatsächlich in den Tod stürzen würde. Dass die äh so dumm angreifen. Aber. Hi. Wieso. Warum nehmen wir uns nicht mehr keine Sorgen mehr machen. Die kommen da ja nicht mehr raus. Oh. Das war die Mensch-Taste. Ach schon. Fies designt. Na ja. Da ist noch so ne. Ne zwei Kotzwürmer. Erstmal. Kriegt ich hier jemand. Die Reichweite von dieser Waffe ist allerdings noch beschissener als die von unserer letzten. Die von unserer letzten war schon nicht gut. Ich hab hier auch noch angesehen. Gut das die einfach durch den. Einen Schuss sterben. Ich hab hier auch noch angesehen. Ja. Nervig aber führt hier leider kein Weg dran vorbei. Achso. Ok. Ok. Da ist auch einer hier. Ich möchte dass ich mich nicht an den Rand schleichen will. Kann. Diese Reichweite. Hervorkommen. Oh. Ok. Ach ja. Genau. Ja. Ok. Asozial. Definitiv. Asozial. Definitiv. Na gut. Das müssen wir ja anders machen. Das Problem ist. Ich hab jetzt nicht mehr so viele Wurfdreiche für die Typen. Fak. Ihr wollt doch alle Stück von diesem Kuchen haben. schneid. Wir haben nur noch den khusen her. Perfekt. Schaden. Nein Wechseln Okay Wechseln 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 So Dann das Ganze nochmal Interessanterweise verliert der ein Bayonet Hier liegt einer Steht nicht mehr auf Dann schnapp ich hier Auch nicht Jetzt aber So Cool Alter, das Material nehme ich gerne Befürchte, dass ich an den nicht rankomme Ja 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 Könnte Nice Das ist schon viel wert Muss ich nur mal gucken Da hinten Treiben sich zwei Da hängen zwei an den Kanten Frage ist nur, wo hängen die an den Kanten Da links liegt auch scheinbar irgendwo ein Oh nice Ich hab einen erwischt Da links liegt auch scheinbar einer von den Einen Überrest Ähm Auf Ähm Auf Ähm Auf allem den Boden kleben unter den Kisten Und dann sieht es da so leicht rot schimmern Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass der andere irgendwo hier hängt Nice Du verarschst mich nicht noch mal ein Spiel Wahrscheinlich Würde mich noch Wird es mich noch sehr viel häufiger verarschen Ja Geht auch nicht Zumindest diesmal Tumtumtumtumt Was Ach Nicht Ach Hinten aus Nein 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 Ja Oh Nobody Ah Nein Deine Tunkelsucher Gerne Ach Schon Die Die Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber in einem Mistel, das gefällt mir wiederum. So, dann haben wir die Karte der Umgebung angelegt. Das müsste von dieser kleinen Teil sein. Die Frage ist jetzt, da oben war aber, glaube ich, auch kein weiterer Weg mehr, ne? Na, nochmal eben kurz gucken gehen. Ich kann hier noch die Klippe runter. Alles, wo mich das hinführt. So, ein Item auf jeden Fall schon mal. Ich kann sehr gut. Und so komme ich da zu dieser vorliegen Mistel. Hier, auch mal der mich auf dir stellt, bitte. Oh, gut. Oh, gut. Und jetzt... Shit. So, es ist der Karte. Okay, ich kann auch nicht. schließen. Na gut. Und der lacht da hinten auch noch dreckig. Schoko-Knoblauch-Flocken. Ich weiß immer noch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber die Idee alleine klingt halt schon wieder nicht. So, da sind noch mal zwei Typen. Der zweite Schuss war übertrieben, aber... Soll. Und dann geht's hier immer weiter. Und ist auf jeden Fall... Und gut. Ist die Mistel. Das finde ich nicht cool, dass du in der Lüge auch noch hinkommst. Das stirb einfach. Perfekt. Aber ja, den hatte man da eigentlich hängen sehen, aber hätte ich an ihn gedacht, dann hätte ich gewusst, dass er da kommt. So, jetzt will ich mal eben kurz gucken. Uns fehlt halt noch die... ähm, sozusagen der Mittelpart, der fehlt uns noch. Ich weiß, wo da die Mistel ist, die haben wir ja schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie wir hinkommen. was will ich eigentlich auch noch rausfinden. Ähm... So, wir müssen uns aber glaube ich auch zurückteleportieren. Weil... nicht mehr hochkommen, aber gut, wir haben ja wievifikatoren... Ohne Dunst zu verlieren, das ist das Wichtige daran. Ja, und wir könnten natürlich den befleckten Flock nehmen, was das gleiche ist, nur dass wir unseren Dunst verlieren würden. Das möchten wir natürlich nicht. So, wir haben auch direkt an der Mistel gerastet. Ich würde aber sagen, dass wir dann entsprechend... äh, das sieht nach einem Bossfight aus. Äh, den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bin mir auch ziemlich sicher, dass da ein Bossfight kommt. Deshalb, wir nehmen mal Louis mit. Gucken, was es so gibt. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hier morgen wieder. Ich gebe doch eben schnell. Dann Dunst aus. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.